Polizei Notruf, bitte sprechen Sie. Hälften Sie mir! Bitte, Sie müssen jetzt kommen! Der ist hier! Kommst du da, Brot? Georgi, Landeskriminalamt. Wer hat telefoniert? Ja. Don, Elka Düsseldorf. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, genau wie vor vier Jahren. Ich hab mich nicht darum gerissen, das alles nochmal aufzurollen. Diese noch unbekannte Tote wurde heute früh am Niederrhein aufgefunden. Wenn das hier derselbe Täter ist, dann haben wir vor vier Jahren einen Riesenhaufen Scheiße gebaut. Ja. Herr Cornelius, Sie wurden bis dreifache Mordes für schuldig befunden. Die vierte Frau starb vor wenigen Tagen. Sie können es also gar nicht gewesen sein. Sie waren vor knapp vier Jahren Zeuge in einem Mordfall. Wir bräuchten Sie nochmal. Was ist los, Papst? Ich weiß, wer das ist. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Notruf eingegangen. Es ist derselbe Täter. Was ist auf olhar? Die Karten ist der Kabange anfahaha. Liebe, keine Angst. Musik Deine Kopflung Luis